so da sind wir wieder auf ein neues wieder am start ist der altbekannte wo ist kevin hallo und wieder am start mario kart 8 turbo wollte ich gerade sagen deluxe fahr mal gespiegelt da wo ist es da ist es da und los geht's mal gucken ob er dann immer noch baby packen natürlich das hat ja gar keinen unterschied na du musst auf die andere seite lenken also ich kann betreten besser fahren da wollen wir mal gucken ob es auch so kann das immer ein gutes mal ist nicht in sicht oma sprengt das video wieder also das war aber es wieder ich glaube das muss schon alle das nämlich nicht er sieht man sie ja dann ich weiß nicht ob sie gesehen werden will ja jetzt können wir als outtake nehmen oma sprengt das video ja es gibt die hochzeitsgräsche und dann ist da die oma dieses video gräscher ja ich wüsste nun schon wieder vorne was soll das und man haben ab nach hinten da mit dir das passiert nicht was ist denn los ich bin hinter dir ich komme ich komme Ah, ich komme nicht, ey. Oh nein. Ich habe kein Geschenk genommen. Hast du genommen? Gar kein Geschenk. Ah, brauchen wir nicht, oder? Ah, richtig beschlossen. Werde überbewertet ihr. Ja, ja, ich merke schon. Also immer hast du da ein Blatt auf den Kopf, den brauchst du nicht. Aha. Er. Ey! Ach, Mensch. Müdernblitz, was ist denn los hier? It's action here. Es ist nicht mal eine Strecke, glaube ich. Aber ich habe die ausgesucht. Oli, was ist los? Oli, was ist denn da los? Ja, Zweite. Ich muss mich jetzt warm spielen. Hast du mal... Hast du jetzt schon gespielt? Ja, das kann ja wissen. Wir können sagen, wir haben eine ganz neue Folge aufgenommen. Nein, wir nehmen wir nicht zwei Folgen hintereinander auf. So ist der Oli nicht, gell? Der Oli ist gar nicht voll, nein. Nein. Oh, Mann. Wir nehmen wir gar nicht zwei Folgen hintereinander auf. Nein. Oli ist so... Mach doch sowas nicht. Du musst die Strecke auswählen. Ja, ich weiß nicht. Ach so. Ja, gut, die geht noch. Aber der Gespiegel ist die Asche heißen. Ah, was? Abwarten. Oh, guck mal, ich habe jetzt Grünchen auf. Ja, mal. Ah, ha, ha. Oh, guck mal. Oh, 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 oh. Gute Strecke. Welche? Deine? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe jetzt so halb geschielt. Ah, ja, ja. Ich war hier schon wieder im Träumen. Träumen war ich schon wieder versunken. Ja, ich weiß, was du mit uns... Ich halte die Krone und so, ja. Jetzt so gerne. Ist in Arbeit, ist in Arbeit alles. Oh, ja. Erzähl mal. Komische Ellen, die du da hin und den Kopf hast. Ja, komisch auch. Das ist klasse, ja? Ja, ja. Finde ich auch. Warum kriegst du ja denn auf dem ersten eine Rote und ich eine Münze? Weil ich gerade noch nicht erst als der war, glaube ich. Ja, 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 ja. Richtig raus. Das ist die doofe Strecke. Da hätte ich sie noch nicht gewählt. Gut. Dann soll ich mal runter. Ja, umso besser. Geh bitte. Nimmst du hier die Sprungschanze mit, ja, du? Ja, natürlich, immer. Ah, dann klaut er mir die Kiste. Ich hab's ja gar nicht gebraucht. Ich hab zwei Items, aber ich wollte dir einen reindrücken. Du hast noch nicht mehr, du, es war der andere. Au, eine für den Olli. Der Olli, hast du einen falschen abgeschossen, mein Freund. Scheiße, warst du mal den, Sack. Danke. Aber wieder kein Geschenk. Es kann doch nicht sein. Los, Kevin, wo fest du... Ah, scheiße, wo fest du... Ich muss gerade auch nicht Spaß immer raus. Ich nehm. Ja, moin. Oh, ich... Ah, ja, ja, ja. Los, Kevin hier. Räumst du? Ja, ja, Olli. Oh, der Hund ist die alte Oma davon, ey. Der Bewohner da. Ist das eine Oma? Ich glaub nicht, oder? So eine alte Oma ist das, glaub ich, der eine Bewohner. Ah, da kommt was für den Ersten. Haha, ist nicht für mich. Oh, nein. Wann jetzt auch nicht? Was ist denn hier? Bananen überall. Hast du die da hingelegt? Nee, ich hab ne rote. Oh, nee, es wird... Oh, Mann, jetzt kommt der Schnapper noch. Das ist die dritte Runde. Ja, Olli. Doof gelaufen, würd ich sagen, ne? Ja, wache rot. So, die hau ich mir jetzt nochmal um die Ohren hier davon, dem Kerl. Oh, nein, der Kakadu hat ihn gerettet. Der Kakadu? Der Kakadu, ja. Der weiß auch immer, was das für ein Vogel da sein soll. Mir fällt der Name nicht ein. Müssen wir mal klären. Wir nehmen gerne Nachrichten in den Kommentaren auf. Wir können uns aufklären, was das für ein Vogel ist. Ich denke, es ist ein Kakadu. Oh, und das war's mit Olli. Oh je, siebte. Oh, Olli, das ist ja nix, ne? Katsching. Nächste. Ach, du Scheiße, ey. Her mit den Punkten, her damit. Ah, das gibt's ja. Ja, ich kann mich ja gar nicht rausreden, gell? Man merkt ja, dass ich die Folge hintereinander aufgenommen hab, weil ich das gleiche an hab, wie in den letzten Folgen. Das liegt nicht daran, dass du das selber, dass du das selber selber aufnimmst. Naja. Olli, der wieder redet. Ah, das spiel mir ja nicht so gut ist. Komm, nochmal Bibi packen. Also, müsste ich mich jetzt, bevor wir die andere Folge dann nochmal aufnehmen sollten, mal kurz umziehen oder so. Also, so ein Agentenbart oder so hinkleben. Und dann so, boah, Olli, ja, ich bin grad fertig, ey. Hast du überhaupt so viele Klamotten, Olli? Ja, klar. Ach, was heißt denn hier? Ich hab nochmal Axelhemd, hab ich auch noch. Ey, das hatte ich halt schon lange nicht mehr an. Dann mein No-Servender-Werbungs-T-Shirt. Axel-Shirt hast du ja erst an. Da musst du warm waren. Genau, jetzt ist es ja kühl. Wir sind ja wieder im Winter, ja. Bei mir ist warm. Ja, wer weiß, wann ich die Folge hochlade, ja. Das könnte ja wieder ein paar Monate dauern. Ah, ja, ja. Der Olli wieder. Also, wir streiten uns noch, ob es im Winter oder im Sommer wird, ja. Ach, jetzt kommt da noch der Kack, ey. Sind wir die nicht vorhin schon? Nee, nee, ich weiß von nichts. Kleine neue Folge, kann ich sagen. Nein, der haut mir mit dem Boomerang hier rum, ey. Was ist denn los? Du, du, du. Huiii, und los geht's. Bis gerade, ey. Ich weiß gut, mein Rang, ey. Ach, Olli, was soll das denn? Oh, Mann, ey, wie pflastet nur in einem Arsch, ey. Ich hab zwei Rote gehabt. Ey, wie kann mich denn der Pote zu über... Pote mit der Abkürzung. Was ist denn hier los? Komm, 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 komm. Yeah, Sniper, Olli. Nein, scheiße, nix Sniper, Olli. Lass mich mal, Olli. Wollen wir mal gemeinsam. Ja, wo ist denn die Alte? Da vorne. Ich hab' lebe nicht. Komm, 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 komm. Ui, 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 ui. Ey, jetzt bin ich wie der Fünfte, ey. Das gibt's ja nicht. Was ist denn mit den Runden hier los? Olli hat's auch an Pulver verschossen, ja. Gott, doch. Die Punkte an, ey. Der Peinliche. Also, die Folge wird nicht hochgeladen, ja. Wildklar-Ausnahme gestoppt, ja. So, jetzt letztlich mal die Kumu-Walde, mal gucken. Was, Kumu? Was ist denn mit dir? Dann, Hedi. Boulevard. Oh, Gott, ey. Da weiß ich gar nicht, wie die Abkürzung geht, wenn du die rückwärts fährst. Ich glaube, die geht gar nicht, oder? Was ist denn, ey? Mal ausprobieren, Olli. Ah, nee, unbedingt ausprobieren. Oh, je. Jetzt kommt die ja noch. Als letztes Rennen. Ja, Olli, das mit deinen Punkten ist nicht so gut, oder? Nein. Du könntest jetzt letzter werden, ja. Oder jetzt sind wir noch nicht. Nee, ich weiß gar nicht, wie viel mal als erstes. Ich glaube, 15, gell? Ja, 15. Du müsstest jetzt letzter werden, nicht erster, und dann wird's passen. Dann wäre unentschieden, ja. Ein Glück. Nee, willst ja nicht. Bin ich auf dem Podest, aber mit dir zusammen. Nee, nee. Wenn du da eigentlich so warst, schubst ich dich runter, ja. Die alte Oma hat erstmal hier weggeballert, so. Und noch einmal auf den Arsch gekloppt, so. Ach. Bin ich das schon gut an. Ah, den Anderndorfbewohner, ja, gleich mal gezeigt, wo's lang geht. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Nein. Oh Mann, jetzt bin ich an dem scheiß Ding hängen geblieben. Oh, nein, was mache ich denn? Oh, wo fahre ich hin? Die Scheiße. Oh, ich bin erster. 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 Oh je, ey. Ich bin aus Versehen in die falsche Richtung gefahren, aber hab irgendwie die Abkürzung da genommen und der komische Typ hat mich hochgehoben dann. Oh, nein, 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 die rote. Oh, jetzt haben wir noch mal ein Paket. Na super. Oh, die Kurve. Oh, nein. Und weg bin ich. Welcher Platz bist du? Oh, du bist hinter mir. Das war ein guter Anfang. Oh, ey. Jetzt bist du vor mir. Ne, jetzt. Gott. Gott. Oh Gott, ey. Was fahre ich für eine Grütze, ey. Oh, so Kevin. Oh, Mann. Oh, da war er weg. Ich hab gesehen, wie ich runtergefahren bin. Findest du das lustig? Ey, ich schnappe, Sack, ey. Ich mache mich fertig, ey. Oh Gott, ey. Über das Ziel hinausgeflogen, ey. Es gibt ja noch eine Runde, ey. Ja, moin. Ich dachte, es wäre jetzt endlich fertig, ey. Aber nein. Oh, ich bin 8, ey. Und kein Geschenk. Ja, gönn dir, Oli. Das wird nix, ey. Oh, Mann. Ein oder zwei Blitze mache ich noch. Bombe. Wo? Oh, ja. Ich komme da nicht mal mehr zu. Ich bin schon wieder runtergefahren. Das ist auch gut, Oli. Du bist der erste, ey? Ja, natürlich. Oh, Mann, ey. Das habe ich nur im letzten Leben verbrochen, ey. Ich bin schon wieder kaputt. Nächste. Nächste. Oh, eine blaue, natürlich. Ah, der hat nicht funktioniert. Nein, ich werde überholt. Oh, nein. Oh, Mann, ey. Was ist das? jetzt der dicke der dicke geist oder wie ich bin ich bin ja kriegen könig das sind wir mal ganz schön aus unserem gedächtnis streichen ja die sturm wohl gehabt ich bin wohl die klatscht hast du verdient hast du verdient dann bedanke ich mich fürs zuschauen jetzt in die ecke und weint ja ja guck wie er sich freut der sacke in die luft und so abend mit seiner brille sitzt da und weint und wenn ihr mal mit spielen wollt sagt er bescheid bis zum nächsten video auf wiedersehen